Hey Michi, das Hotel ist mega cool. Große Zimmer, geiler Wellnessbereich, aber leider außerhalb. Gebebe, wir sind mitten im Zentrum. Wirklich? Ja, und für die Skiliefter brauchen wir ein Auto? Nein Bebe, zwei Minuten zu Fuß, in die Richtung. Und Basen-Restaurants? Bebe, das ist alles da, nebenbei da. Und Schieferle? Gehst bei der Hausti raus und gleich bei der nächsten Tür wieder rein. Der flache Ruf ist wirklich der Hammer. Das weiß ich ja. Der flache Ruf ist das Herz. Der flache Ruf ist ries gefragt, ob hier. Fut